Jo meine Freunde, was geht ab? Ich bin X7 hier am Start am PewDiePie Freitag. Weiter geht's endlich mit Power-Ups. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt irgendwas verändern. Ich weiß noch nicht mal, wie man die einsetzen kann. Letzte Woche haben wir wieder in Schwer geschafft. Yay! Keine Ahnung, was da los war. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt schneller oder windiges Szenario machen sollen. Sieht beides irgendwie schwierig aus. Okay, wir können hier auswählen, ob wir das Schild nehmen oder ob wir die Herzen nehmen. Wir nehmen mal das Schild. Ganz ehrlich, ich glaube, wir nehmen mal das rechte und machen heute windiges Szenario mit PewDiePie. Heaven ist heute sehr, 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 sehr deprimiert eben wegen Summoners. Wow, ich habe nur Pech gehabt. Das halt, das, ja, das deprimiert ein bisschen. Deswegen ist genau PewDiePie das richtige Spiel, damit wir ein bisschen uns noch mehr aufregen und traurig werden. Nein, das macht mich ja eher. Ich freue mich immer, dass wir das aufnehmen. Also, mal sehen. Es ist ziemlich spät. Ich habe Hunger. Ich bin deprimiert. Vielleicht ein Level ist ein bisschen angenehm für uns. Ich bin gespannt. Wir versuchen es einfach. Let's go. Ich weiß ja nicht mal, welches richtig ist. Okay. Wir haben kein Tutorial. Oh mein Gott, der Wind. Oh shit. Das ist... Das ist nice. Ich habe keine Ahnung, was das mit den Power-Ups so... Was wir mit den Power-Ups machen sollen. Aber ich stelle mich genauso doof an wie vorher. Was macht denn Edgar Fart? Ist das eine Schutzwolke oder macht das die ganzen Gegner kaputt? Ich glaube, das macht die ganzen Gegner kaputt. Wir müssen uns beeilen. Sehr gut. So schlecht stellen wir uns gar nicht an. Okay, das gibt uns Herzen. Okay, jetzt weiß ich, wie die ganzen Power-Ups funktionieren. Und dann laden die sich wieder auf. Oder sind die jetzt einmal komplett benutzt? Und wir haben auch... Wir haben beide. Das heißt, wir haben nicht nur eins von denen. Okay. Ich glaube, die laden sich wieder auf. Ihr seht ja unten so, dass sie sich wieder mit Farbe füllen. Ich habe gerade so eine Sekunde gedacht. Sind die jetzt nur für einmal? Oder sind die jetzt doch für öfter? Ich glaube, die laden sich wieder auf. So, wir haben einmal Rückenwind, einmal Gegenwind. Checkpoint. Sehr schön. Edgar Fart ist wieder da. Müssten wir gleich mal testen. Aber bisher ist das Level ziemlich easy. Finde ich jetzt zum Beispiel. Im Gegensatz zu den letzten. Die haben mir einige Nerven gekostet. Ich weiß nicht wieso, aber wir töten nie Pinguine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder enden. Oder sehr selten so. Wir springen. Springen. Ah, nein. Ganz ehrlich, ich kann noch nicht mal fluchen heute. Ich bin so, ich bin komplett fertig. Wegen diesem Saunas War Video. Das war so, das war so ein Fail. Wir müssen hier durch. Wir hängen hier drin und haben auch noch Gegenwind. Oh mein Gott. Rückenwind, komm. Danke. So, jetzt will ich hier wenigstens das öffnen. Ganz ehrlich, ich bin komplett fix und fertig heute. Swin and Toast can flicken. Yes. Ich bin komplett absolut. Absolut fertig. Absolut. So. Rückenwind ist natürlich am besten, wenn wir ja durch wollen. Und wir haben das Level geschafft. Oh, das war ziemlich easy. Okay. Das wird ziemlich easy. Da machen wir direkt auch mal das linke. Okay. Machen wir das auch. Machen wir heute weniger Szenarien und schneller. Und dann, äh. Okay, das ist wahrscheinlich das richtige Level. Ich bin jetzt mal still. Ich bin auch müde. Oh Gott. No. Martia ist so cool. Ich bin... Oh mein Gott. Spiel. Gib mir ein bisschen Kraft. Du sollst mich glücklich machen. Oh mein Gott. Der Bildschirm läuft weg. Ganz ehrlich. Nein, das machen wir jetzt nochmal neu. Ich will diesen Flicken da bekommen. Holy shit. So. Wir machen jetzt das. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir ein neues Level da oben freigeschaltet haben. Wow. Okay, wir beeilen uns. So. Oh mein Gott. So, jetzt geht es los. Und jetzt wollen wir das da oben einsammeln. So, schnell, 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 schnell. Flicken. Retro Elefant Sticker. Äh, flicken. Sehr schön. Das Level geht mit. Und das Wasser steigt. What the hell? Ernsthaft? Wir müssen jetzt schnell hier hoch. Schnell hier hoch. Schnell hier hoch. Schnell hier hoch. Rutsch, 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 rutsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Entschuldigt, wenn das Video vielleicht ein bisschen öde ist. Ah, God dang it. Da ist das schon zu Ende. Das ist so schnell. Heute ist nicht mein Tag. Ganz ehrlich. Es tut mir leid. Man, nächste Woche kommt es vernünftig. Aber ich möchte den zweiten Flicken auch bekommen. Aber irgendwie. Summoners War hat mich komplett fertig gemacht. Ich kann, ich kann, ich. Ich kann nicht irgendwie. Ich kann überhaupt nicht mehr reagieren. Ich kann mich nicht freuen. Aber wahrscheinlich, wenn irgendwas Schönes wäre, würde ich mich freuen. Aber ich kann. Das Spiel kann mich nicht aufregen. Ah, ah, ah. Teilweise nicht aufregen. Irgendwie dann doch schon. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und hier sammeln wir es jetzt ein. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Orka, Dorka, Flicken. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen. Wir sind gestorben. Okay, jetzt schaffen wir es. Wir haben alle Flicken eingesammelt. Und wir wollten hier Edgar Fahd einmal benutzen. Dann benutzen wir einmal Edgar Fahd gleich. Wahrscheinlich, um Gegner zu töten. Entschuldigt an die treuen Zuschauer, die dieses Spiel sehr mögen. Und diese Serie lieben. Mir macht es genauso viel Spaß wie euch. Nur heute... Oh, fuck. Kann ich ein nettes Mädchen vorbeikommen und mich glücklich machen? Habe ich das ernsthaft jetzt gerade gesagt? Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Wenig Schlaf, viel Arbeit, wenig Freizeit und auf mich warten noch einige Videos. Die ich wahrscheinlich aber nicht mehr heute aufnehme. Und ich habe noch nichts gegessen. Ich muss jetzt erstmal essen nach diesem Video. Summoners War hat mir alle Nerven gekostet. Wenn es euch irgendwann mal zu gut geht. Wenn es euch irgendwann mal zu gut geht. Edgar Fahd. Spielt Summoners War beschwört und bekommt gar nichts. Dann geht es euch schlecht. Barrel, 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 Barrel. Raus. Yes. Shorty, 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 Morty Video. Ähm... Wow. Irgendwas mit sieben Minuten. Aber ganz ehrlich, ich möchte gar nicht weitermachen. Das tut mir leid. Manche Videos, da denke ich so, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und manche denke ich so, das war nicht so schön. Und das hier hat mir gerade... Mir macht das Spiel so viel Spaß. Und ich habe das... Nee, ich bin zu schlecht drauf, um irgendwas Gutes hier aus heute zu machen. Beziehungsweise, ich bin nicht schlecht drauf. Ich bin einfach nur fertig. Ich bin einfach komplett fertig. Wir können auch nicht mal was kaufen. Okay, dann sparen wir die Coins. Naja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen. Warum auch immer. Naja. Naja. Nächste Woche wird besser. Ich esse jetzt erstmal was. Versuche auf andere Gedanken zu kommen. Und dann geht es mir bald besser. Also, wünscht mir eine gute Besserung. Nein. Also, wir sehen uns dann nächste Woche, wie wir Freitag, im nächsten PewDiePie Freitag Video wieder. Ich freue mich drauf. Ich liebe dieses Spiel. Und wir werden natürlich am Ende nochmal alles in schwer und hart durchspielen. Ich glaube, das wird sehr lustig. Also, das ist nicht bald zu Ende. Auch wenn diese Folge jetzt sehr, sehr schnell vorbeiging. Naja. Wir sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder. Haut rein, Freunde. Und ich hoffe, dass es euch besser geht als mir gerade. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.